Geleitwort Es ist mir eine echte Freude, für diese Bhagavad-Gita in Reimen ein Vorwort zu schreiben. Wie wichtig ist dieses Lied für das Weltgeschehen. Doch an erster Stelle ist sie wichtig für jeden einzelnen Leser, der auf der Suche nach der unendlichen Weisheit ist. Die Bhagavad-Gita, die wir in unseren Händen halten dürfen, ist durchaus fähig, den grauesten Alltag zu erhellen. Sie ist zweifellos das Buch, das die Seele mit Klarheit beschreibt. Ein Buch, das uns die Möglichkeit eröffnet, zwischen Wahrheit und Täuschung zu unterscheiden und mit dessen Wissen wir unsere eigenen Handlungsmotive kritisch hinterfragen können. Die Bhagavad-Gita lehrt, dass wir für unser Tun die volle Verantwortung tragen, für alles, und dass wir durch Hingabe im Denken und im Handeln eine umfassende Erfüllung finden können. Krishna erklärt die Gesetzmäßigkeit des Handelns. Wenn man dann besorgt auf die Vergangenheit des eigenen Handelns schaut, so bietet Krishna uns Schutz. Er ist jedem Wohlgesinnt. Er hat das letzte Wort in allem, möchte uns aber nicht unseren freien Willen streitig machen. In der Bhakti-Schule von Sri Chaitanya wurde die Bhagavad-Gita als Kernstück der spirituellen Literatur vorgestellt, mit dem Hinweis, dass wir durch das Singen oder Beten der Namen Gottes sogar noch leichteren Zugang zu ihm bekommen können. Gott liebt alle von Herzen und ist deshalb selbst unermüdlich. Die Gita ist ein Lied der Liebe. Ich wünsche uns, dass dieses Lied unsere Herzen erfüllt, uns mit Gewissheit durch das Leben gehen lässt und uns die Fähigkeit verleiht, anderen auf ihrem Weg zu helfen. Die Geschichte dieses Liedes, wie es in das Abendland kam, sanft und klar durch das Werk der Dichter zu uns fand, das ist Krishnas Geheimnis. Swami Bhaktialoga Paramadvati